Was? Keine Ahnung, Alter. Okay Leute, willkommen zu einem neuen Video. Danke Niklas, willkommen zu einem neuen Video, Leute. Ein paar Leute in der Kommentarbox haben gefragt, wie laut die Karte eigentlich ist. Und deswegen habe ich Niklas, das ist gerade hinter der Kamera übrigens, Shepard heute, gefragt, kannst du mir dein Dezibelmessgerät mal ausleihen? Ich war jetzt hier aus der Ecke raus, damit wir den Schall auch ein bisschen rausholen. Und dann musst du mir erklären, wie das funktioniert. Ja. Weil ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Also wichtig ist, du musst auf jeden Fall Zündung einschalten. Ganz wichtig, den ersten Gang einlegen. Den Hahn hier komplett aufziehen und starten. Ich habe gehört, neutral eigentlich. Nee, nee, erster Gang. Ohne Kupplung ziehen, Gas geben. Ich glaube, der darf auch richtig scheiße. Ja, glaube ich auch, Alter. Der Niklas darf auch richtig scheiße. Okay, also, wir machen heute eine Dezibelmessung mit dem neuen Auspuff, mit dem Shark SSC4. Ihr wisst Bescheid. Und deswegen habe ich ausgeliehen, ein Messgerät von dem Niklas. Ich weiß gar nicht, bis wie viel das überhaupt geht. Äh, 130. Ne, 130 sogar tatsächlich. Aber so laut ist die auf jeden Fall. Nee, nee. Wir hatten vorhin gesagt, ich sage 93 Dezibel. Ich habe 91 gesagt. Bin mal gespannt. Genau, wo liegt das natürlich weg? Wie funktioniert das? Wie viel Meter muss ich weg? Äh, man sagt immer einen Meter und dann einen 45 Grad Winkel. Äh, Genie. Meter oder so? Ein Meter? Ja, okay. 16 Meter. Dann 45 Grad. Also ungefähr so? Hä? Nein, 45 Grad vom Austrennwinkel. Also quasi so hier weg. Ach so. Das ist so? Ja, genau so. Und was muss ich machen? Ich mache das Teil an und dann? Genau, du machst an. Ja. Mach mal an hier. So, und dann kannst du hier einstellen auf Maximalwert. Das Minimalwert? Maximalwert. Ah, jetzt wie laut es maximal ist? Alter, bin ich laut. 86 Dezibel. Ja. Na gut. So ein bisschen. Yo! 104, Digga. Ja, so. Mach ich jetzt wieder weg? Ah, stopp. Erstmal Typenschild gucken. Komm mal rüber. Ach so. Du musst mal wissen, wie viel die haben darf. Ja, okay. Steht es bei da drauf? Ja, steht drauf. 74,7 bei wie vielen Umdrehungen? Hier ist da drauf. Eigentlich muss es drauf stehen. Ja, hier. Hier steht aber auch bei 42 kmh. Ne, ne, ne. 90 Dezibel bei 3.750 Umdrehungen. 3.750. Ja. Okay, das heißt bei 3.750 Umdrehungen darf die 90 haben. Und 91 hab ich gesagt. Das heißt, die müsste eigentlich drunter sein. Damit das easy ist. Ja. Aber die hat ja eine E-Nummer. Das heißt, natürlich erwähnt. Das ist doch klar. Wir haben ja generell so ein paar Differenzen. Also wenn ihr jetzt 94 anzeigt. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Also ungefähr hier, ja. Okay, darfst du schon mal Standgas-Lautwerke? Ja. Ich mach nochmal neu, warte. Damit wir hier nichts verfälschen. Einmal kurz still sein. 79. Standgas. Was haben wir Standgas-Umdrehungen? Ja, 1.6 oder so. Mal ein bisschen Kette geben. 86. It's over 9000! What? Halt dein Maul, Alter. Ne, guck mal, du bist so direkt davor. Also du musst hier weiter im Winkel. Ja, guck mal so. Also mehr hier, ja? Ja, guck mal. Okay, okay. Machen wir nochmal. Man sieht das jetzt. Zweiter Durchgang, okay? Okay. Auf ReStar. Alle leise. Lachen wir nochmal Standgas machen? Genau, machen wir Standgas. Kannst du einmal leise sein? Genau, genau. Krass. Digger. Genau auf der Grenze. 90,6 war das Ich würde sagen so 91 Aber vorhin hast du auch einmal kurz höher gedreht Knapp 4 Knapp 4 war das tatsächlich sogar Also sobald man mehr Gas gibt, merkt man schon Die wird halt lauter Du hast auch gemerkt, dass du wahrscheinlich am Ende erst hochgegangen Als ich vom Gas gegangen bin Ich glaube vorhin hat der so wahrscheinlich Mit 89 oder so angezeigt Mega interessant auf jeden Fall Richtig krass Man kann sagen, dann ist die ja damit komplett legal Mit E-Nummer Die ist im Prinzip auch im Rahmen der Lautstärke Ja, was soll ich sagen Mega geiler Auspuff Fand ich mega interessant Danke nochmal für den Anstoß mit dem Messgerät Und danke fürs Messgerät an den Niklas Checkt unbedingt seinen Kanal ab Falls ihr den nicht kennt Aber ich denke ihr kennt den Wenn nicht, dann abchecken Geiler Typ Geiler Typ Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Bis dann Ciao